Ich habe mit meinem iPad Mini 6 große Probleme gehabt mit dem Akku. Der ist ziemlich schnell leer gegangen. Wie nach jedem der größeren Updates bei iOS liegt es einfach daran, dass das iPad in einen Modus kommt, in dem irgendwelche Prozesse im Hintergrund laufen und nicht korrekt beendet werden können. Diese verbrauchen dann Energie. Und ich zeige dir hier in diesem Video eine Reset-Möglichkeit des iPads, sodass alle Prozesse terminiert werden und komplett neu starten. Keine Angst, es werden keine Daten gelöscht. Das iPad wird nur richtig sauber neu gestartet, sodass alles komplett sauber wieder hochfallen kann. Dazu musst du hier oben einmal die Lauter-, dann die Leise-Taste drücken und dann den Ein-Aus-Taster so lange drücken, bis das Apple-Logo wieder erscheint. Machen wir das eben lauter, leiser, so lange drücken, bis das Apple-Logo wieder erscheint. Jetzt startet das iPad wieder neu und du hast dann ein komplett sauberes System, wo keine Prozesse mehr im Hintergrund laufen, die dort nichts zu suchen haben. Und das behebt in der Regel alle Probleme nach einem Update mit dem iPad Mini oder auch anderen iPads oder auch iPhones.